Die Lost Vikings sind nun in Hotz spielbar, Dota 2 stellt Rekord auf Steam auf, Riot Games lässt ein künstliches Riff in Form eines Champions erbauen und Diesel schließt seine Server nach gerade einmal 5 Monaten. Das sind die Themen für heute, mein Name ist Nero Devil und ihr seid hier bei den Weekly Gaming News auf Games Club. Mit den Lost Vikings fügt Blizzard einen weiteren spielbaren Helden in ihr MOBA Heroes of the Storm ein, wobei ein Held vielleicht etwas falsch ausgedrückt ist. Es stimmt zwar, dass die Lost Vikings in der Heldenauswahl als eine Figur betrachtet werden, allerdings lassen sie sich danach im Spiel selbst auch unabhängig voneinander steuern. Diese Mechanik bescherte den Lost Vikings die höchste Punktzahl in Sachen Schwierigkeitsgrad auf der offiziellen Heldenseite von Blizzard. Die Fähigkeiten von Erik, Olaf und Baleok reichen von einem sehr normalen Spin mit Flächenschaden bis hin zu einem kuriosen Abenteuer auf dem Drachenboot. Ihren ersten Auftritt in einem Spiel feierten die Lost Vikings übrigens 1992. Das gleichnamige Spiel war eine Mischung aus Jump'n'Run, Puzzle und Rätselspiel. Ja, kaum zu glauben, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit vor Warcraft und Co. für Blizzard. Wenn es um Spielerzahlen auf Steam geht, dann kommt kein Titel auch nur ansatzweise an Dota 2 heran. Letztes Wochenende konnte Dota 2 erneut einen beeindruckenden Rekord aufstellen. Denn zum ersten Mal in der Geschichte von Steam waren eine Million Nutzer parallel in einem Spiel online. Der Grund für dieses hohe Spieleraufkommen ist wahrscheinlich das derzeit laufende Event New Bloom 2015 in Verbindung mit der Freizeit, die viele Menschen am Wochenende für ein, zwei Partien ihres liebsten Mobas nutzen. Mit diesem beeindruckenden Wert lässt Dota 2 die Konkurrenz mächtig alt aussehen. Auf dem zweiten Platz befindet sich aktuell der Online-Shooter Counter-Strike Global Offensive, welcher mit nur 400.000 gleichzeitigen Spielern weit abgeschlagen ist. Zwar liegt der Rekord von Dota 2 deutlich hinter League of Legends, welches mit 7,5 Millionen gleichzeitig aktiven Spielern die Nase ein ganzes Stück vorn hat, dennoch sind die eine Million von Dota keineswegs zu verachten. Während der Ocean Week im Januar war es Spielern des kostenlosen MOBA League of Legends möglich, Punkte zu sammeln, wenn sie beispielsweise mit bestimmten Champions ein Match gewannen. Auf der offiziellen Seite des Events hatten die Entwickler dazu Challenge Goals veröffentlicht, die bei Erfüllung verschiedenste Belohnungen für die Spieler versprachen. Für den Fall, dass 275.000 Punkte erreicht werden, stellte Riot gar ein künstlich angelegtes Riff in Aussicht. Und natürlich wurde dieses höchste Ziel erreicht. Somit wird Riot Games nun ganz offiziell mit Hilfe von Meeresbiologen vor der Küste Australiens ein künstliches Riff in Form des Champions Nautilus bauen. Die Community hatte dabei neben Nautilus noch die Wahl zwischen Fizz und Nami. Besonders die dort beheimateten Fische werden von diesem Vorhaben sehr profitieren. Wann und wie genau das Ganze passieren wird, steht zwar noch nicht fest, aber ich finde die Idee auf jeden Fall echt klasse. Was haltet ihr davon? Denkt ihr Riot Games will damit nur PR für ihr Spiel machen oder sagt ihr, hey, solange es gut für die Fische dort unten ist, ist es doch eigentlich egal welche Form das Riff hat? Eure Meinung dazu einfach in die Comments. Der Free2Play Shooter Diesel ist gerade einmal zwei Monate erhältlich und schon wurde ein Termin für die Abschaltung der Server bekannt gegeben. Und somit wird Diesel, das im Dezember des letzten Jahres erschienen ist, am 13. April 2015 komplett offline genommen. Obwohl der Cash Shop schon vor einigen Tagen aus dem Spiel entfernt wurde. Alle diejenigen, die sich ab dem 10. Dezember mit Echtgeld die Währung Astros gekauft hatten und sie im Spiel ausgegeben haben, werden die verbrauchten Astros wieder auf ihr OG Planet Konto gutgeschrieben bekommen. Wo sie dann für andere Spiele des Publishers OG Planet verwendet werden können. Ich muss sagen, ich habe Diesel zwar nie gespielt, aber allein die Tatsache, dass ein Spiel so kurz nach dem Release offline genommen wird und das verantwortliche Entwicklerstudio geschlossen wird, schockiert mich ein klein wenig. Tja, da sieht man es mal wieder. Nur weil ein Spiel gratis ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch einen Haufen Leute spielen. So, das war es dann auch schon wieder mit den News für diese Woche. Natürlich würde ich mich wieder riesig über euer Feedback zur heutigen Folge und zum Format im Allgemeinen freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt einfach den Abo-Button hier unten. Links und rechts geht es übrigens zu meinen letzten beiden Videos. Ich verabschiede mich für heute. Ciao, ciao.